Nicht ne bessere Hose Einmal öffnen bitte, dankeschön Ne, man ne Maschinenpistole, die hat Lebensantzug und schießt halt übelst schnell So, Munition auffüllen Oh, hier ist ne Nebenquest Wo ich denn laufe, oben Ja, ist egal Historiker, oh, nice Perfekt Ghost Ghost Wo auch immer ich Da weiß ich immer, wo, wo, wo übersieht man das dann, ne? Ja Klopf, klopf So, was war das jetzt, was ich bekommen hab? Hallo, Inventor Räume das Kraftwerk frei Erdbeben, die Reichweite der Fähigkeit um 60% Statt Ja, nehm ich Halter Wer ist jetzt die Reichweite? Oh, ist noch auf Cooldown, alles klar Kacke Guck mal, gib ich dran, da sind die erstmal auf Cooldown Auf Kurzer Distanz Das war eigentlich Cool Damage Ja, auf Kurzer Distanz Ja, aber ich muss ja eh in Kurzer Distanz zum Heilen Ja Ja Die Reichweite ist echt hoch Ja, die ist echt hoch jetzt von meiner 1 Das ist von meinem Erdbeben Na, schießt doch gegen Halten die Kugel eigentlich da zurück dann? Ja Wenn du gleich mal guckst Zack Nett Machen aber nicht so viel Schaden leider Ja, wahrscheinlich 10% oder so davon Was liegt hier rum? Helm mit nichts, okay Ne, kann ich nicht benutzen Ah, Feuer! Ja Hör doch auf, dankeschön Nein, pfui Du musst ja noch kurzzeitig gestunt sind, ne? Hm Weißt du, wir sind echt so Anti-Kugel-Taktik Du lässt da zurückprallen, ich lass da verlangsamen Hm Alter, bis zur anderen Treppe geht mal eine 1 Holy Shit Alter Vorher nur halt knapp die Hälfte So, was ist hier drin? Selten automatisch Rotflinter Alter, äh Ja? Hat die auch Lebensentzüge? Ja Wieso kriegst du mehr Lebensentzüge? Oh mein Gott! Okay Okay Mörder der Sanitäter Killshots stellen bei verbündetem Umkreis von 5 Metern um das Ziel 69 Lebenspunkt wieder her Cool Man Nein Ich scroll immer nach hinten Achso, oh Das Ding ist so gut Das hat zwar die halbe Feuerrate nur von dem anderen Ding Eine andere Maschinenpistole, aber das hat Schild made Schlüssel generieren ein Schild Lol So, wo soll das jetzt hier sein? Kraftwerk irgendwo, okay Irgendwo soll es jetzt Ach, da oben Ne Sehe schon, wo es hingeht Aber hier liegt noch was rum Ach, nochmal Hargoni Okay Ah, genau, unter uns Äh Irgendwo runter Ach, Scheiße Ach Gott Das ist das System in diesem Spiel, was echt nervig ist An manchen Stellen kannst du runter Ja, aber nur an manchen Fuck Guck mal dahin Äh, das war da, wo wir gerade gefeiert haben Wow Ach ja, da unten Oh Gott Ein bisschen Oder ein bisschen Oder? Ja doch, hier runter Äh Ja gut Ach da Und was ist es? Weiß ich nicht, sagt er mir jetzt gleich noch Stand auch da Bevor du es aufhebst Ja, das habe ich dann dann nachgeguckt Au Zeh mir ja beim Abgeben So Rückhalten Dann Auf zum Steg wieder zurück Wupp, Wupp, Wupp Ich merke immer, dass immer wenn ich eine Folge anfange, dass ich immer so sage Du Ja Jedes Mal wenn ich jetzt die Aufnahmen über angucken, dann immer so hört, dann habe ich gesagt Ah Schon wieder so gesagt am Anfang Hey, wait, wir müssen auch hier runter Ja, ja Wie bewuscht Mit Wurscht Ganz viel Heiter Was denn? Was sind das für Geräusche? Ach du, du hast ja den links aktiviert Ja Hey, willst du das nicht aufsammeln? Was? Hier lagen ein Glaubbuch Achso Panzer und Schuh des Gespenstes Was ist so ein Geier Äh, Inventar Der Helm hat natürlich nichts, ne Er hat mir mit dem Basisstand der Fähigkeit um 74 Ja, nehme ich Er ist noch stärker Wo war ein Tagebuch? Weiter oben Da Gott Sieht man sich auch schon echt nicht so gut Hier sind Notizen Was ist hier sonst noch? Ah, nochmal küsst das hier Okay Mit Puppi, automatische Schrotflinte Okay Puppi 1 Was macht Puppi 1? Puppi 1 Puppi 1 macht Nichts Okay Ne, du hebst die Sachen dann automatisch auf, wenn du Ne Über Gebiet wechseln Ja Das riecht hier voll gerade nach Eierschäcke Das war lecker Ich krieg's latte Hunger Ne, dass ich Hunger hätte Äh, nicht schon Hunger hätte, so So, dann gehen wir jetzt mal zu dir Damit du dich ganz alleine kämpfst Du kriegst aber auch die ganze Zeit EP, oder? Äh, ja, glaub schon Okay Oua Lass mich doch die Sachen hier rauf sammeln Hm Das ist Hagaboo Nix da Alter Hier haut rein, die Schrotfl In dem Gebäude unter dir sind, ist nochmal ein Tagebuch Ja, das hab ich schon aufgehoben Ah Noch irgendwas hier? Nö Hallo Hallo Tschüss Einfach von denen anspringen Irgendeine Waffe gefunden Ja Ja, ich finde grad Äh 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 Quatsch Abroll Hm Es ging schon aufheben Ah, noch Okay Nix da Ah Oh, lol Schlüssel beschafft Noch irgendwas hier? Ich denke mal jetzt nicht Ich denke mal da, wo wir meistens mal Gegner sind Da findet man auch nichts Das ist ein besseres Sturmgewehr Und ein neues Maschinengewehr Hallo Ich sehe den Funkturm Ah, ich sehe was anderes Sie halten ihn vermutlich in einem der Gebäude beim Turm fest Den ganzen Rebellen nachzuschließen, die in deine Richtung kommen, wissen sie, dass wir hier sind 160 Eisen jetzt 143 Wollte schon sagen Ich wollte gerade wieder meckern Einmal im Kreis ran, alles klar Ist irgendwo Achso Gibt's ein Eine Kiste oder was hier Äh Handschuhe Ach Alter, wie viel Sniper Hallo? Hör auf mit Snipern Ja, das schafft jetzt ein Das sind echt nicht Ja Hast gut gemacht Merke ich Jakob Einmal Ich geh da weg Da kommt ein Feuertornado auf mich zu weiiiii Ich glaube du musst mir helfen Papage kann das in dir fucking hell diese dinger schon wieder also ich sehe gerade wie viel meine fähigkeit wert ist wieso mit dem lmg mache ich gerade fünf schaden an dem tip wenn ich meine fähigkeit anhab sind zwanzig das ist nett das ist echt nett drop deine scheiß minigun alter was war das denn jetzt stiefel des beschützers habe ich irgendwie aufgesimmelt oder so ich habe einen sprung reingemacht die waren instant tot stufe 9 ich glaube wollen wir erstmal auf welten stufe 5 bleiben äh wieso was geht das eigentlich gerade die ganze zeit aufspießen das stimmt eigentlich was ist denn jetzt aufspießen ja aber man hat eine fähigkeit bekommen äh warte so können wir jetzt weitermachen du machst auch eine neue fähigkeit ne ja die zwei kann ich auch nicht ich kann ja nichts machen wenn kein gegner da ist zeigte einen wirbelwind aus einem jetzt mach jeder ich will kurz lesen nein keiner darf mich küssen nicht wenn es streams rum mit jedem treffer schaden zu also ich habe meine sphäre nicht mehr küssen verboten wenn es streams so plötzlich kommt die katze an und denkt so ganz ruhig ich stehe ihn ab zurück dieser mann wird verbluten wer bist du shira goodman wollte dass ich dich finde vielleicht interessiert dich das sehr ja eine frequenz was zum woher hast du wo jane du bist verletzt ist nicht schlimm sag mir dass der koffer sicher ist der truck ist weg verdammte scheiße halt nein 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 warte warte hör zu hör zu hey hör zu vielleicht kann ich die blutung stehlen wenn du mir sagst wohin ihr meinen truck gebracht habt ich werde dich retten wirklich ja als statt überfloss ok doc zur seite warte nein 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 ich habe ihm ein wort gegeben ich lasse ihn nicht am leben er weiß zu viel nein er muss nicht sterben wir haben doch was wir wollen jane nein oh gott oh gott hilf ihr hoch ich bring euch zu meinem truck nein du musst docs truck finden das ist wichtiger als ich sehr viel wichtiger da ist ein koffer unter dem öl tank bring ihn her ja wie wir übrigens bei deiner fähigkeit demasien im kopf ne ja alter junge deswegen zögert man nicht hast du das für arschlöchter ey bleib bei mir ich werde dich retten ich werde dich retten und dann machst du so ne scheiße aktion was bist du für ein Hurensohn äh what the fuck man ist man da jetzt wieder raus die seibahn bringt dich in die slums das ist der schnellste weg zum fluss oh mein oh jane nein halt durch oh sieht eher aus wie ein ja hallo passiert jetzt was ich hab y gedruckt ach hier muss man dritten stehen ok hat 10 hoffentlich geschnitten er 10er vorher ein ladebildschirm die rollen sind nicht mal richtig drauf das hab ich mir auch gedacht ich hatte so what the fuck das hätte man wenigstens besser machen können vor allem ohne elektrik fährt das ding ganz schön langsam bergrunter musst du eigentlich instant runter krachen zum obachten drücken Herr Jakob ich glaub ich hab ein paar dieser mutierten Hackfressen gefunden hier das ist das wahre Gesicht des Planeten der Krieg ist nur Kinderkram das ist das das ist das das ist das was solltet der eigentlich ach ne wir kriegen massiven Rüstungsbonus da durch wenn der aufgespießt während der aufgespießt ist ah und ähm ich hab erstens hab ich noch ähm ich hatte zwei Sachen die für meine Sphäre galten ja ne eins für meine Sphäre eins für meine Klinge an Rüstungsteilen und das das eine gibt mir hier mehr Bewegung drauf ich wär eigentlich viel langsamer alles klar und das andere erhöht den Grundschaden meines Blades um ähm 86 oder so ich mag das aufschließen das war die jetzt gerade so lahmarschig mein Ding das kruppelt gefühlt hm die Leute haben grad äh äh Spaß im Chat weil nur Emote Chat angemacht wurde ja hast du's umgestellt schon? ich glaub nur Moderatoren können immer noch normal schreiben ne also wenn Felix nicht mehr normal schreiben kann dann funktioniert's wenn nicht dann ist diese Funktion extrem sinnlos er muss ein Moderator halt immer Dings anmachen was ist das für ein Scheiß was ist das für ne Schwachsinn dann wenn das nicht funktioniert dass sich mein Schusssound auch ändert hm hm das Problem ist wenn er aufgespießt ist brauchst du ihn gar nicht weiter angreifen weil der naja keinen Schaden mehr kriegt lol ja ich hab mich durch den Zaun gebugt äh geworbt lol hört doch auf geht weg und auch ihr haut ab ich will euch nicht ich kenn euch nicht ich mag euch nicht ich will euch nicht genau können wir noch zu essen ja bitteschön noch mehr? Leisterschaft gleiches Maschinengewehr Rang 1 lol so hier ist noch ein Tagebuch oder so hm was haben wir denn hier? hier unten ne Kiste haben wir hier unten die hab ich gesehen äh hä von da oben ne Kiste gesehen wo ist die hin? ja hier ok bäh eine weisse Sache wow dankeschön Spiel boah es wird wieder warm die letzten Tage war es so kühl ey wird schon wieder so unangenehm verpiss dich du Fliege die ganze Zeit vor meinem Maul aus 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 Ja, ja, für Demacia. Voll geil. Die Musik gerade geht ab. Vor das Gitarrensolo. Ich hoffe, man es kaum hört. Ich muss glaube, ich die engste Mal länger, äh, die zwei länger gedrückt hat, um zu sehen, wo das hingeht. Ah, es kommen hier an Gegnermassen. Ja. Picken. Ich find's gut, dass mein Schwert die One-Hitted. Ja, die kleinen, klar. Aber die großen, das ist eine andere Frage. Lass mal testen. Ja, der ist jetzt fast tot. Oh wow. Das zählt bei dem noch nicht. Ah. Ich hab ihn aufgespießt. Ah, schade, es funktioniert nicht. Hey, ich wollt grad die Sache. Okay. Albino. Okay. Dickes Fell. Nein. Pfui. Ah, ich kann die auch... Ja, ich kann die auch... Ja, ich kann die auch mit festhalten, dann auch an einer Stelle. Sehr schön. Da ist er tot. Hm. Ah, für den Technoman ist der Gift absolut ungefährlich, weil der macht ja... der heilt sich ja, wenn er Schaden macht, ne? Ja. Ja. Ich muss einen töten und wir beide heilen uns von Gift. Der muss in meiner Nähe sterben. Oh. Oh, 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 hier sind Sachen. Das war das. Interessant. Notizen interessant. Ah, ja. 244 Eisen hab ich bekommen. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Die Scheiße, die aber die keine Fähigkeit zu sich hat. Da finde ich nichts. Da hab ich nichts. Schuhe. Schauen auf langes Distanz, plus 3,13. 3,13 Prozent. Ja, kann ich ausrüsten. So, für die irgendwas Neues oder für die... Ha. Ha. Killshot stellen 69 Lebenspunkte wieder her. Zwinker, Zwinker. Oh. Alles so viel schwächer. Ah, Wertstufe 6. Ja. Hast du gemacht? Ja, hochgestellt. Ich dachte, wir sind noch nicht so weit, aber... So. Sind wir schon. Ah, ich hab ne neuer... Hier liegt noch was rum. Bestes Befehlshabers. Äh... Joa. Fast 400 Score Points. Wo ist denn der Truck? Da, da sind alte Werkstätten beim Stadthor. Sie werden ihn da abgestellt haben, um ihn vor der Anomalie zu schützen. Wir können aber gleich mal vergleichen wie viel Eisen. Du hast und wie viel Eisen ich hab. Ich habe... 1,1... 1,189. 1,217. Alter. Und... 49 Leder und 6 Titanen. WTF? Ich hab 17 Leder und 2 Titanen. WTF? Das ist bei deinem Spiel falsch. Oder bei mir falsch. Keine Ahnung. Assassiner. Loot-Bonus. Es wird dezent mies. Alter, das Ding stört zu steuern teilweise. Oh Gott. Manchmal sehe ich so ein goldes Aufschleuchten. Dann denke ich mal so... Oh geil. Ne, legendär Waffe oder so. Und dann... Ne, es ist so... Keine Ahnung, was ist es. Maschinengewehrscope. Äh... Mir habe ich ihn jetzt absolut nicht getroffen. Hallo. Verraschung für sie. Hallo, ich will hier rüber klettern. Dankeschön. Boah, Alter. Was ist denn jetzt los? Irgend... Ich hab' teilweise richtig lecks. Okay. Ah, muss ich gleich mal... Ja, kletter rüber. Dankeschön. Bisschen was umstellen eventuell. Alter. Hör doch auf. Hui. Wie viele Gegner sind da unten. Holy shit. Holy shit. Wenn zu viele Gegner da sind, hab' ich richtig Probleme. Oh Gott. Shit. Genau dann gestorben, als ich mich geheilt habe. Super. Ah. Du musst. Ja. Ich hab' schon eh gedrückt. Aua. Ich muss erst was gegen die Lecks machen. Ich hab' schon... ... ... ... ... ... ... ... da wird hier gewehr macht zu beobachten okay was auch immer oh mein gott captain serrano schenken captain serrano aua oh gott du musst dir selber helfen doch weg hallo lass mich doch aus hier ja danke auf mich weg zu fludern shit oh mein gott ich bin doof au alter hab ich lex gehabt man kann sich nur einmal wieder blieben das glück ist mit dem mutigen okay ja okay ich muss irgendwas umstellen das ist so nicht machbar kurz nachladen decke schissbrecher nicht weh ah nase ah ich muss niesen jetzt weiß ich warum ich nasen kribbeln habe ah oder auch nicht jetzt kommt der nisa entschuldigt dankeschön dankeschön hier kann man gar nicht runter springen okay ich mach schon ich glaub bevor wir uns immer um die großen gegner kümmern müssen uns jetzt um die ganzen kleinen gegner jedes mal kümmern ja ja so wie ein remnant jo ja 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 ich nehme mich was so jetzt muss auch serano schinken spawnen ja ja hier oben kam arschviele gegner oh ja ja aber wir beide ganze Zeit auch unsere AOIs raushauen ja oh Gott ich sehe nichts mehr obwohl hier oben zu kämpfen ist eigentlich gar nicht so schlau und halt nur die hölle an gegnern ja ja Gott ich muss grad ich muss grad ich muss grad ich muss grad zum matschen uh 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 ein klassenpunkt sogar sehr schön sehr sehr schön Ich Merne